Das kann also wirklich ein Gebot der Klugheit sein, die Tiefe zu vermeiden. Philosophisch gesehen bildet sich natürlich da ein Problem. Jeder Monismus hat das. Wenn alles eins ist und alles aus einem Ursprung kommt und alles in den einen Ursprung auch wieder zurückfließt, dann entsteht leicht das Problem der Diffusität. Alles ist irgendwie nicht unterscheidbar. Und dieser Gefahr möchte Amazon begegnen, indem er im Gefolge der Aufklärung von der orientierenden und Sein- und Sinnstiftenden Kraft der Vernunft spricht. Man hat hier genau auf den Klang zu achten. Der seinen Gedanken von denen etwa Rousseaus unterscheidet. Wenn Emerson über Natur spricht, und er hat wirklich hoch bemerkenswerte Essays geschrieben, die durchaus sehr gut zu lesen sind. Also es liest sich auch leicht und man lernt viel. Also wenn man das liest über die Natur vor allen Dingen, gerät man schwerlich in die Gefahr, die Voltaire bei Rousseau ausmachte, nämlich man verfalle wieder zurück in die Lust der Vierfüßigkeit. Emerson war von Hause aus Protestant. Die Unitaristen verstanden sich als Protestanten. Und seine protestantische Wurzel lässt Emerson ein Leben konzipieren, in dem er sehr wohl natürlich im Einklang mit der Schöpfung sein will und große Ansprüche und Lustbarkeiten meidet. Überhaupt, wenn sie hoffen, bei diesem Abend auf die Legitimation von Lustbarkeiten zu kommen, müssen sie ja etliche Häuser weitergehen. Das wird es hier nicht geben. Es ist eine sehr strenge und eine sehr, sehr, ja doch, ernsthafte Geschichte, um die es hier geht. Doch neben der Natur als Quelle von göttlicher Offenbarung sind es Menschen Vernunft und insbesondere seine Kreativität Belege dafür, dass das Göttliche in den Menschen selbst hineinverlegt ist. Das eben ist dieser pantheistische Ansatz. Im Menschen selber ist die Gottheit. Als Anlage vor allen Dingen der Vernunft und der Kreativität. Und Emerson denkt hier durchaus nicht aus dem Blauen heraus. Das ist kein Denker, der irgendwann mal an in den Sonnenuntergang schaute und sich dann ein paar hübsche Gedanken machte. Nein, sowohl aus Lebenserfahrung wie aus Universitäten war es eher zu schöpfen. Der Tod seiner ersten Frau, die mit 19 bereits starb, beeindruckte ihn tief. Er gab sein theologisches Amt auf, sein Fahramt, und unternahm eine ausgedehnte Europareise, auf der er mit den Philosophien Kants und Hegels, aber auch Schellings und den Schlegels in Berührung kam. Wer sich damit mal rumgetrieben hat mit dem deutschen Idealismus und der romantischen Philosophie, der kennt die sehr, sehr feinen, facettenreichen Unterschiede. Diese Feinarbeit war Emersons Sache nicht. Er sieht vor allen Dingen das verbindende Element dieser verschiedenen Philosophien in dem, was er nannte, die Transzendentialität im Gefolge Kants einerseits und das dynamisch-historische Moment andererseits und beide machte er sich zu eigen. Ganz kurz zum Ersten, dann zum Zweiten. Transzendental nennt Kant jene Bestimmungen des Geistes, mit denen ich immer schon ausgestattet bin. Zum Beispiel Kategorien von Raum und Zeit. Die erlerne ich nicht durch die sinnliche Erfahrung. Die habe ich schon, wenn ich auf die Welt komme. Ich komme also durchaus nicht plank auf die Welt, nicht als weißes Stück Papier, sondern die Grundformen des Verstehens habe ich schon. Und genau das nennt man Transzendental. Denn ich habe sie von wem auch immer, man kann sagen von Gott, andere sagen von der Evolution, aber ich habe sie halt von einer, wenn man so will, höheren Wirklichkeit. Das andere, das dynamisch-historische Element, was sowohl dem idealistischen wie dem romantischen Deutschland in der Philosophie eignet, das ist die simple Tatsache, dass all diese Philosophien, die im 19. Jahrhundert entstehen in Deutschland, eigentlich Erklärungen der Geschichte sind. Wie gestaltet sich Geschichte? Hat Geschichte einen Zweck? Hat Geschichte ein Ziel? Denken Sie daran, was wir eingangs über Whitman gehört haben. Das ist die Frage, mit der sich Emerson hier auseinandersetzt. Und so kommt Emerson zu der Überzeugung, dass der Mensch immer schon über die göttliche Gabe der Kreativität verfügt. Die sieht er an als die Quelle von Freiheit und Selbstbestimmung, also Individualität. Emerson's Protestantismus schätzt daran wohl die Konzeption, dass Selbstdefinition etwas ist, was möglich ist, aufgrund natürlicher Disposition, also ich kann es, weil ich es habe, aber ich muss es tätig erarbeiten, ich muss es auch umsetzen. Selbstdefinition ist nicht etwas, was mir gegeben ist, wie etwas, was ich dann vergraben kann, wie der eine im Evangelium, der sein Talent vergräbt und damit meint, er hätte es getan. Nein, ich muss es umsetzen, ich muss es erarbeiten, um in meiner Individualität persönliche Würde zu erlangen. Also, bei Emerson beschwört er ganz der liberale Bürger, der er ist, nicht etwa wie Rousseau ein Zurück zur Natur, sondern gibt die Losung aus Build, therefore own your world. Baue etwas auf und dadurch besitze deine Welt. Es geht ihm also um die kreative Inbesitznahme der Natur durch die Voraussetzungen, von deren transzendentaler, also übernatürlicher Qualität er überzeugt ist. Und vielleicht machen wir hier eine kleine Pause. In der Mitte 2. 1. 2. 2. 7. 8. 6. Untertitelung des ZDF, 2020